Die Jetix Kids Awards 2006 Also ich bin da, um den coolsten TV-Star 2006 zu nominieren Und dieses Jahr sind zwei Mädels und zwei Jungs nominiert Das erste Mädel moderiert gerade Bravo TV Und da ist Gölzscher Ja, ja So, verliebt im Berlin-Star Laura Oswald Marienhof-Star Simon Paul Wagner Und GZ Asset-Star Jörn Schlöhnfohl Die Jetix Kids Awards 2006 Für deine persönlichen Superstars In der Kategorie Coolster TV-Star waren nominiert Gölzscher Ja Simon Paul Wagner Nicht aus der Ruhe bringen lassen, ja Laura Oswald Ich bin wieder zu Hause Jan Schlöhnfohl Jan Schlöhnfohl Und der Gewinner des Jetix Awards für den coolsten TV-Star 2006 Weshalb ist Gölzscher Hallo ihr lieb mir geht euch Ah, sehr schön. Viel, viel, viel lieb. Das Ding ist so schwer und so hübsch. Ich bin wirklich ganz doll stolz drauf. Oh, nur mit dir zum Himmel fliegen. Nur mit dir die Angst versiegen. Oh, nur mit dir die Welt erleben. Oh, nur mit dir die Jetix Kids Awards 2006.